So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Ryzen und wir sitzen hier immer noch bzw. stehen hier immer noch mit Romanov rum. Genau bei diesem Dialog wollte ich die nächste Folge natürlich starten, da haben wir in der letzten aufgehört. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir machen gleich weiter hier. Wir reden immer noch mit dem und fragen ihn einfach nur mal ein bisschen aus, quetschen ihn aus, was jetzt mit seinem Gold los ist und was seine Vergangenheit angeht. Also, auf geht's. Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha, sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren? Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tug des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ha, aber so ist es gewesen. Mhm. Die Kneipenwirtin Petty sucht ihren Vater. Petty? Petty Stahlbart? Ha, 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 ha. Dieses Teufelsweib ist alles. Nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere. Kapitän Gregorius Stahlbart. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt. Aber sollte ich ihm nochmal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlafen. Denn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha, glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Hm, interessant. Aha. Wer könnte wissen, wo sich Kapitän Gregorius Stahlbart aufhält? Meine Mannschaft und ich suchen den Mistkerl schon seit Monaten. Bisher ist Stahlbart noch nicht wieder aufgetaucht. Wo ist eigentlich deine Mannschaft? Irgendwo auf der Insel. Ein Teil von ihnen ist sogar immer noch hier in der Stadt. Vasily und Eriksen waren erst kürzlich noch hier. Sie warten nur auf ein Zeichen von mir. Erichsen hatte diesen Schlüssel hier bei sich. Offensichtlich gehört der Kapitän Gregorius. Ah, Erichsen, dieser Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen. Den hat er doch bestimmt einem der Freudenmädchen abgenommen. Ah, das sieht ihm ähnlich, diesem elenden Mistkerl. Wenn ich den erwische. Was macht ein Freudenmädchen mit Stahlbarts Schlüssel? Ein Kerl wie Stahlbart hat überall seine Mädchen. Ich wusste, dass einst in Sonjas Bordell arbeitet. Eriksen sollte nach dem Mädchen suchen und durch sie etwas über Stahlbart herausfinden. Und was macht dieser Mistkerl? Lässt sich seine Beute abnehmen? Na schön. Gut, dass du zu mir damit gekommen bist, mein Junge. Ich sage dir jetzt, was du für mich tun wirst. Du gehst und findest Stahlbarts Baracke. Der Schlüssel wird dir wahrscheinlich die Tür dazu öffnen. Durchsuche die Baracke und komm wieder, wenn du etwas Interessantes gefunden hast. Verstanden? Wird gemacht. Brav, mein Junge. Aber enttäusche du mich nicht auch noch, hörst du? Wo soll denn jetzt die Baracke sein? Was ist gerade nicht? Oder warte mal, soll ich vielleicht noch die ganzen... Ich fühle, ich spreche nun mal komplett mit ihm. Vielleicht sagt er noch was zu seinem Gold. Du bist... Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist nur ein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Du scheinst den Inquisitor... Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Ha 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 ha! Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Warum fließt du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen. Und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Hm. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich doch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen diese stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkei steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkei. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich. Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen. Beweg dich! Ob da vielleicht noch was anderes in der Schatulle ist? Außerdem hätte ich auch gerne neue Klamotten. Mal eine neue Rüstung. Dieser Käse, den ich hier anhabe, der ist auch schon dreckig und speckig. So was geht echt einfach hier in diesem Spiel. Ich bin hier. Was? Toll! Ey, das ist doch unglaublich, oder? Wegen diesem blöden Bug, dieses... Äh, 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 ist das jetzt versaut gewesen? Mach was anderes! Jetzt muss ich wieder da rumschleichen, ey. Puh, er hat mich nicht mitgekriegt. Puh, ganz leise, dieberisch, dieberisch, dieberisch. Geht's noch weiter hoch. Mhm. Ich werd das ganze Lagerhaus hier auf den Kopf stellen. Jeé! Haa... Ob ich jetzt springen kann? Ich werde erstmal speichern. Tatsächlich. Booyah. Und nochmal von vorne. Mein kleiner Fiener stirbt ab, weil ich STRG bei den Flächen gedrückt halten muss, ey. Ein Wolfsfell, Alter. Wolfsfelle habe ich doch genug. Ich brauche noch Schweinsfelle. Romanovs Truhe. Wieder ein Wolfsfell? Ey, ist doch lächerlich. So, soll ich jetzt erstmal reingucken? Mal gucken, ob da was Wertvolles drin ist. Romanovs Chateau. Das ist eine schlechte Idee. Ach, darf ich nicht? Ich darf es nicht, Leute. Da unten ist noch der Schläger, Junge. Raus! Weg mit dir! Huh! Okay. Alter, raus! Weg mit dir! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, dann geben wir jetzt die Schatulle ab, kassieren ein bisschen Gold. Nur weiß ich immer noch nicht, wo diese Baracke sein soll. Ey, ich bin echt... Ja, überfragt. Hier, hast du deine Schatulle. Du hast sie gefunden? Hat dich jemand gesehen, wie du sie geholt hast? Niemand Wichtiges jedenfalls. Hm, na gut. Dann werde ich dir jetzt verraten, was du mir da eigentlich gebracht hast. Lass mich raten, in der Schatulle ist dein Gold, das du von Don Esteban bekommen hast. Das Gold, das die Weißen suchen und weswegen sie dich hier festhalten? Wer hat dir das verraten, du Bengel? Lag auf der Hand. Oh, verdammt. Das geht nicht. Ich kann... Das wusste ich nicht. Keine Ahnung. Ich dachte halt wirklich, dass da Klamotten drin sind. Keine Ahnung. Hab ich einfach gedacht. Aber das mach ich nicht. Das geht nicht. Ich muss das Gold abgeben, beziehungsweise will das natürlich hier... Ich will halt der Inquisition in den Hintern kriechen und nicht Don. Was will ich mit Don? Ich glaub, wenn ich jetzt das hier abgebe, dann hab ich 4 von 4. Dann ist doch GG, oder? Ich fand diese Schatulle hier. Romanov steht drauf. Potzblitz! Weißt du, was du mir da gerade gegeben hast? In dieser Schatulle ist das Gold des Don an Romanov. Ach was, wär ich ja nie drauf gekommen. Großartig! Du hast es tatsächlich geschafft! Reife Leistung! Kommandant Carlos wird sich immens darüber freuen. Nein! Hier! Das soll deine Belohnung sein. Aber gib nicht alles auf einmal aus. Danke! Also bei Romanov hätte ich mehr Gold gekriegt. Mal gucken, was er dazu sagt. Alter, ey. Wo warst du so lange? Wo ist meine Schatulle? Ich hab sie den Weißen übergeben. Du hast... Was? Pah! Ich hatte sowas schon geahnt. Na schön. Das werde ich mir merken. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und jetzt geh mir aus den Augen. Ich kann die Tür nicht schließen. Toll. Bei Don hätte ich einen Punkt gekriegt. Bei den Orden kriege ich jetzt anscheinend keinen Punkt. Zumindest stand er nicht 4 von 4. Ach, ich wollte eigentlich ins Wasser springen. Damit ich da auf der anderen Seite lande. Hoia! 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 Der übelste Nichtschwimmer, ey. Oh Mann. Einfach nur ein Nichtschwimmer. Einfach nur ein Nichtschwimmer. Einfach nur ein Nichtschwimmer mehr. Ich hörte, du gehörst zur Mannschaft von Kapitän Romanov. Na und? Ich möchte mal wissen, was dich das angeht. Hau doch endlich ab, Mann! Hm. Hier sind die drei Drillinge da. Drei Drillinge wäre auf jeden Fall doppelt gemoppelt. Das ist jetzt interessant, glaube ich. Hinten im Lagerraum hinter unserem Waschraum sitzt Skordo, einer von Don Estebans Männern. Das Bild an der Wand im Waschraum hat einen geheimen Schalter. Er wird dir die Geheimtür zu Skordo öffnen. Keine Ahnung, was der da den ganzen Tag treibt. Aber ich weiß, dass er dort etwas bewacht. Die Tür am Ende des Ganges in dem Lagerraum hinten scheint ihm unheimlich wichtig. Den Schlüssel zur Tür trägt er immer bei sich. Wenn ich du wäre, würde ich da mal nachsehen. Hm. Danke. Jederzeit wie... Du kennst Kapitän Stahlbart? Ach, ich wünschte, ich hätte mich nie mit ihm eingelassen. Das Blaue vom Himmel hat er mir versprochen. Und dann war er eines Tages einfach verschwunden in der Schuft. Alles, was er mir hinterlassen hat, war diese stinkende Baracke in der Gosse. Und was hat sie mir gebracht? Nichts als Ärger. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Also lass mich damit in Ruhe, okay? Baracke in der Gosse? Kann ich das nicht als freie Wohnung benutzen? Baracke in der Gosse. Unbedingt merken, Leute. Hey du, was willst du hier, Mistkerl? Wer hat dich geschickt? Ich dachte, ich räume hier mal auf. Erzähl kein Mistmann. Also, wenn du gekommen bist, um mich herauszufordern, dann nur zu. Ansonsten erzähl mir, was du kaufen willst. Und verschwinde wieder. Wohin führt dieser Gang da drüben? Das könnte ich dir sagen. Ich müsste dich aber... Das willst du doch nicht. Warum? Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Ich glaube eher... Hast du was ausgefrippen? Mach ruhig so weit. Ich... Ich... Du siehst... Lass uns... Hm. Oh ja. Nee. Na, 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 na. Kannst froh sein, dass ich sie dir... Erzähl mir... Du bist mir zu neu. Wenn ich jedem beliebt... Don Esteban würde mich auf der... Aha. Ach komm. Ich trage die Rüstung seiner Leute. Nur ein Idiot. Schon gut. Moment mal. Du bist doch nicht etwa dieser Schiffbrüche gef... Hör mal, du Mistkerl. Kann es sein, dass du mich verarschen willst? Wie kommst du darauf? In letzter Zeit gehen hier eigenartige Dinge in der Stadt vor sich. Meine Leute kriegen einen Arschdrück nach dem anderen. Wehe dir, wenn du dahinter steckst, Freundchen. Das Spiel ist aus, Gordo. Du bist der Artefaktschmuggler hier. Welches Schwein hat dir davon erzählt? Das spielt keine Rolle. Du bist erledigt. Tatsächlich. Das werden wir ja noch sehen. Du Mistkerl. Fangen wir an. Ha! Ha! Ja! Ha! 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 Ja! 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 Ooh! Hey! Ha! Ha! Ah! Der Typ ist auch stark. Und nach vielen bla 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 habe ich anscheinend zwei Quiste erfüllt. Einen mitten im Gespräch und der andere, er ist halt der Artefaktschmuggler. Das ist eigentlich ganz gut. Ich werde mir aber mein Stäbchen anlegen. Ich glaube mit dem Stäbchen habe ich mehr Chancen gegen ihn zu gewinnen. Ich werde das alles skippen. Bla bla bla. Biba bu. Ich glaube... Was hast du anzubieten? Zack, ja. Beenden. So, dann werde ich jetzt hier speichern. F8. Und... Schon gut. Wie kommst du? Gehen. Das... Das... Fangen wir an. Ja. Oh. Was? Das darf nicht wahr sein. WTF, das kann doch wohl nicht... Alter, der gibt mir ein To-Hit. Er gibt mir einfach To-Hit. Ja, einfach, einfach To-Hit. Er gibt mir einfach Zwei-Hits und schon liege ich da. Er gibt mir einfach Zwei-Hits und schon bin ich am Boden. Er gibt mir einfach Zwei-Hits und schon sind wir weg. Na komm, mal nenne die Liedchen. So, zack, 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 oh, wow. Ja, das hast du jetzt davon. Okay, das schaffe ich auch nicht, toll, toll. Oh, Mann, ich werde mich mal mit meinen Zweihänden ausstatten. Mit diesem großen Zweihänden, den ich jetzt habe, werde ich mich einfach mal ausstatten und mal gucken, ob ich dann gegen ihn ankomme. Ein Versuch ist es wert. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt. Das ist, das ... Dann fangen wir an. Nein, das läuft nicht Vielleicht Muss ich ihn ja gar nicht töten Ich denke schon, dass ich ihn töten muss Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen Dass ich ihn nicht töten müsste Oh, Äpfel Zack, meins Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts Auch nicht Der Typ ist aber so stark Auch eine Kombo, die ich noch nicht kannte Sonst steht hier nur noch Scheiße Ach, ich hab das schon Oha Da sind wir Aha Da komm ich also raus Aus dem Haus da Aber was macht das für einen Sinn Für Banditen Die gehen noch nicht durch das Haus Und Die gehen noch nicht durch das Haus da Und machen dann ihr Kram da Oder nicht Ich hab Sehr gut Wie läuft Ich arbeite Gut Zeit Gut Leute Es führt kein Weg dran vorbei Ich muss den Typen legen Wie genau Wie genau ich das schaffe Weiß ich noch nicht genau Weil ich keine zwei Schläge von ihm aushalte Und Das macht die ganze Sache extrem schwer Aber Davon lassen wir uns nicht runterziehen Lassen wir uns nicht runterziehen Lassen wir uns nicht runterziehen Nein, das tun wir nicht Lassen wir uns nicht runterziehen Lassen wir uns nicht runterziehen Lassen wir uns nicht runterziehen So Wohin Nochmal Ach komm Ich Nur Schon gut Mö Inlet Ma Na gut warte So Jetzt Das Tats Fangen wir an Die 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 Jetzt Du Das Die Die Oh, fuck! Mann, er darf mich keine zweimal treffen. Dann ist es vorbei. Das ist genauso wie gegen Bronco. Lol, ich habe einen Fehler. Toll. Das Spiel ist jetzt wieder am Abschützen. Leute, ich werde diesen Kampf einfach beim nächsten Mal wieder versuchen. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 26 Minuten. Also das ist der Hammer, wie schnell mit diesem Spiel die Zeit vergeht. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn wir dann versuchen, endlich diesen Mistgeld zu legen und die ganze Sache dann halt auffliegen zu lassen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, ob euch die Folge gefallen hat. Ich werde natürlich antworten. Also, bis zum nächsten Mal. Hau da rein und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.